Willkommen zurück zu einer neuen Runde TTT, diesmal mit Mochi, Mono, Ak-N-T-Ne, Debi, Fliss, Driver und Bro. Ak-N-T-Ne, kann man übrigens auch mal als Cyborg bezeichnen. Ak-N-T-Ne ist der Cyborg. Hab ich ja Fettler. Ja, zum Glück, du hast gesagt, dass einer gestorben ist. Debi ist es. Ich hab eigentlich nur durch den Smoke geschossen, dass einer steht, das wusste ich nicht. Hä, hast du wirklich einen gekillt? Driver bei mir? Ne, wir haben noch keinen. Mono, ich glaub, du musst erstmal die Kamera zu machen. Wo liefst du noch? Wo liefst du noch? Driver, 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 Driver. Weil ich durch den Smoke geschossen habe. Beziehungsweise durch den Smoke schießen wollte und dann stand dahinter einer. Driver ist von mir gekillt worden mit einer Melone. Ich hab aber nicht gesehen, wer es ist. Wer wurde gekillt? Der Mochi, Mochi, Mochi. Alles klar, dann muss es der hier sein. Ne, der Mochi. Der Bro ist bei mir. Der war's nicht. Der war's nicht. Der war's nicht. Was macht ihr denn da? Hast du jetzt alle gefehlt oder was? Ja! Wir haben die Plätze getauscht. Da war eben noch der Mochi und dann war auf einmal der Sepp da. Dann hab ich den Sepp weggemacht. Das ist es! Das ist der Detlinger! Ich bin am Lachladen! Wieso? Ich bin eine Melone! Wo war denn das, Mann? da war das lacht nicht das habe ich mir auch gedacht und Oh, dieser Dringer ist einfach so krass. Ey, das Item muss raus, ohne Spaß. Echt? Lustig. Ne, der weiß nicht mehr, was ich mir kaufen soll. Das ist ein Item für jemanden, der keinerlei Intuition hat, in eine Konfrontation zu geraten. Hate, 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 hate. Was stirbst du doch einfach? Echt mal, warum stirbst du? Du bist voll der Noob. Woran ist Taro? Weil ich nachgeladen habe. Daher, du bist voll der Noob. Warum musst du überhaupt nachladen? Einschuss und dann musst du den schon wegmachen. Was? Ja, das stimmt allerdings. Der Minus kam, weil ich vom Innocenten getötet wurde. Was? Was? Ich rede gerade von Mono. Was, hier gibt es einen Keller? Ja, ihr habt die Plätze getauscht. Boah, Alter, Taro, okay. Änder mal deinen Ping, ja? Ich wollte tatsächlich die Mochi töten. Boah, Mochi, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Boah, Alter, Bro. Geile Mucki. Ey, wer hat jetzt seinen scheiß Kopfhörer wieder auf Anschlag? Ich nicht. Das ist unglaublich. Boah, wie ist halt der eigentlich? Mochi, du bist das denn? Was? Ich glaube, Mochi hat gerade ein paar Probleme. Der kommuniziert nicht mehr. Nee, der lebt noch. Der ist gerade an mir vorbeigelaufen. Ja, aber ich meine, ich meine, ich meine, ich meine. Mochi, mach nach dem Zaun, Alter, Alter, das kann nicht wahr sein. Was? Der hört über Boxen. Mochi, irgendwas bei dem. Wir hören uns alle. Mach das mal aus. Das heilt voll. Plopp. Jetzt hat er abgesteckt, ne? Äh, zauber. Swiss, Swiss, Swiss. Ach, sch--------- Loll. Bro! Mach das Ding aus! Äh... Also der Bro ist es, habe ich das so verstanden? Weiß ich nicht. Zarok redet noch, oder? Er redete noch irgendwas. Nee, er redete. Process, wirklich. Oh Gott. Okay. Wait a second, wait a second. Und natürlich. Easy. Das ist ein bisschen ruhig. Da hast du eine lange Leitungswissen. Ja, ich muss... Ich hatte noch... Da waren noch voll viele Leute nicht identifiziert. Das war mein Problem. Ich habe mir einen Lone-Launcher gekauft, ja? Und jedes Mal, wenn ich den gezogen habe, hat jemand in meine Richtung geguckt, aber es nicht mitgekriegt. Ja, und mein Name wurde schon ein paar Mal... einmal gesagt von Driver. Ja, ich habe... Ich habe es nicht mehr geschafft, irgendeinen Namen zu sagen. Da haben wir uns wahrscheinlich gerade alle über Mochi aufgeregt. Ja, deswegen, ja. Redet Mochi noch mit uns? Ja, du redest wieder mit uns. Ja, du redest tatsächlich mit uns. Ja, du redest wieder mit uns. Wirst du mit mir... Ich weiß nicht, wir hören uns immer doppelt manchmal. Manchmal, manchmal, immer. Manchmal, 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 manchmal. Ja, das bist du. Die Platte hing gerade etwas. Ich, ich und Driver machen jetzt den Kampf um den letzten Platz. Halt noch keine SSD drin. Echt? Ich nicht. Aber jetzt ist es okay, oder? Aber Alkohol ist es okay. Äh, nee. Okay, Schwitzi ist kein Traitor. Schwitzi ist es? Nein, er ist es nicht. Schwitzi, Junge. Oh, das hat wohl immer zu viel gesoffen, als Kinderalkohol ist nicht gut. Alkohol ist das Bisschen, was du bei mir und oder da. Was ist das letzte Mal gefunden ab? Mochi, schieß in die Luft, in die Luft. Hast du gehört? Ich jetzt mitnehmen? Was ist das? Lock. Das war ne Inze. Ja. Hey, 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 Sebi, 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 Sebi. Dann müsste es er sein. Sebi, Sebi, schieß auf mich. Wenn du... Und wo? Wenn er jetzt tatsächlich da hingeworfen hat. Okay, hat er nicht. Putschi. Okay, kannst du... Töte mich. Ja, danke. Da, Rock. Mami, ja, komm mal weg. Warum? Weil der den Mono weggemacht hat. Wer kommt jetzt, wie ist? Ja, komm. Das ist jetzt aber... Warte mal. Okay, Sarut, du bist es. Ich kann das Ganze kurz rekapitulieren. Driver, Driver, Driver. Der Mono hat dem Sebi eine Inze in die Fresse geworfen. Da hat der Sebi den Mono weggemacht, der Mono war innocent und ich hab den Sebi dann weggemacht. Ja, aber wir wissen ja nicht, ob du in den Inze bist. Ja, das stimmt. Debi tot, Mono... Gut. Weiß aber nicht, das war... Da ist einer. Driver. Chris. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, klick, 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 klick. Ich bin in den... Leute. Im Nachhinein war es logisch. Ich hab mir gedacht, das sind nur zwei. Ich hab mit keinen dritten gerade gerechnet. Ich hab mich versteckt. Allein schon... Ich bin es nicht und du bist es wirklich nicht und du bist es doch. Um mal das Ganze durchzuziehen. Moment, wir haben drei Traitor? Nein, zwei. Ich dachte schon, ich hätte fast nicht mitbekommen. Ich dachte, bei sieben wären es tatsächlich drei. Sepp, danke für die Vorarbeit bei Mono. Ohne Spaß. Ich hab das doch realisiert, also so mitgekriegt, dass es keine Incendary war, ja? Das war eine Disco. Ja. Aber irgendwie hat sich mein Hirn da so gesagt, ach nee, das ist... Das wird schon so sein. Ich hab mich mir voll selbst ausgeträgt, das war scheiße. Das mag ich nicht. Zyvorg, lass mich raus. Mutti, will das Spiel spielen. Nein, will ich nicht. Zyvorg, lass mich raus. Ich kenn mich raus. Das kenn ich. Ich fahr, ich fahr, raus. Es ist ne Incendary. Nein. Brother hinter mir. Brother hinter mir. Leute! Hi, Zip, 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 Zip. Brother hat keine Angst, oder was ist? Driver, Driver, Driver. Driver hat keine Ahnung, sagst du. 340$ ist das current goal. Es ist einfach so, dass keiner zuhört. Welches goal? Ähm, donation goal. Zyv, 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 Zyv. Zyv, 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 Zyv. Zyv, 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 Zyv. Zyv, 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 Zyv. Zyv, 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 Zyv. Fahrer, Fahrer. Dann müsst ihr hier theoretisch zweifern. Ähh, Mutti. Nee. Warum? Nee, warte, wer ist da? Brother. Die Granate! Warum müssen wir die Granate entgegen? Sepp, 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 Sepp will ich jetzt wegmachen! Sepp! Brother ist es! Und Sepp? Nein! Brother ist es! Lebt überhaupt noch jemand außer mir? Was? Lebt überhaupt noch jemand außer mir? Ja doch! Sebi, Sebi, Sebi! Der hat doch nicht geschossen, Bro! Nice, Bro! Der hat gerade tatsächlich mit der Melone noch getroffen. Die Breast-France! Als du da mit der Breast-France hast du kurz davor, einfach mal die eine reinzutragen! Hättest du mal machen müssen, wir richtig gewillt! Ich hab nur mal gemacht, ja? Das ist doch scheiße! Ich hab darauf vertraut, dass du mir einfach glaubst! Ja, Headmochi sich nicht entfernt! Ich bin doch im Rainbow Six Mochi! Ich muss mehr auf mein Bauchgefühl hören! Das Bauchgefühl sagt der Mochi, ist es eigentlich! Nein, 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 nein! Mein Bauchgefühl in der ersten Runde hat gesagt, da kommt gleich keiner! Da stand ja der Bro vor mir! Ich habe die Schrotze, den Arsch! Hab ich hier ne Halbleger geballerte? Ah, Schrotze voll! Schwitze, 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 schwitze! Schwitze, 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 schwitze! Schwitze, 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 schwitze! Der ist wieder Kaffee, da! Nein, bin ich nicht! Schwitze! Der ist hundertprozentig! Warum? Hä, wie kommst du immer auf da... Ich versteh dich nicht. LOL Disco Party Also ich glaub der Schwitzi ist es. Ich glaub der Schwitzi ist es nicht. Ist der Mono gerade weggemacht? Schwitzi und Driver sind Traitor. Wenn ich sterbe gilt das, ok? Ich glaube aber auch, dass der Zap das nicht ist, weil... Keine Ahnung. Jetzt hat er dich weggemacht. Auf jeden Fall verfolgt er mich. Im Endeffekt hab ich meinen persönlichen Bodyguard hier. Eigentlich schon. Da kommt jemand von oben. Da oben ist jemand. Warum bist du alleine in so einem Raum? Weil es kann! Driver ist da oben. Schwitzi, ich würde mich entweder mit Driver verbünden oder mich von ihm fernhalten. Weil er ist Traitor. Bin nicht Traitor, Alter. Was laberst du? Wie kommst du drauf? Hast du ihn irgendwie gesehen? Hör seine Reaktion. Dann schieß ihn ab. Das würde er wieder als Random Kill zählen und da hab ich keine Lust drauf. Driver, 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 Driver. Aber Driver ist hundertprozentig Traitor. Hundertprozentig. Gut, sagen wir 99,9. Beziehungsweise eigentlich nur 50, aber es zählt immer. Mir juckt jetzt schon in der Finger. Wenn ich den Driver weg mag, hab er Zap um die Ecke gemacht. Nicht weg, dann macht jemand den Zap weg und dann gebe ich die Traitor wieder. Ne, ich würde aber mal sagen, dass der Schwitzie es nicht ist. Ach ja, da kommt sie jetzt! Ne, ich hab ihn so ein bisschen genervt. Er ist einfach... Er ist einfach nicht so genervt. Und was? Darf ich den Driver wegmachen? Levy redet so viel. Ich rede gerade so viel, aber in der letzten Runde hab ich gar nicht geredet und da war ich Traitor. Ja! Mono ist da hochgelaufen. Ich muss ja zappen, ich lauf dich jetzt hinterher. Ich ne leziehe. Außer, er hat ihn jetzt einfach gemacht. Mono? Ja! Alle leben, Mono. Bro, Bro, Bro ist nicht der Gesuchte. Miss Miss, wir suchen jetzt den Driver hier. Hat er sich versteckt? Mono ist nicht der Gesuchte, geh weg da! Mono redet doch fast gar nicht mehr. Driver, lebst du überhaupt noch? Le-Leb ist Rina! Lebet er noch. Lass den Zett in Ruhe! Zett, ich hab dich verloren, warte! Ja, komm runter, ich bin unten. Okay, wo? Links oder rechts? Äh, rechts. Ich raff die nicht so ganz. Wo denn? Ey, ich bin weitergelaufen. Ja toll! Es sei denn, das ist Sackgasse. Ich wollte halt eine gerade in einem Natscher geworfen. Äh, Mutschi? Glaube ich. Erstmal nach Finanzen, die werden laufen. Lebt den Driver überhaupt nicht. Aua, 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 aua. Wissen wir schon wer es ist? Ja, Driver. Nee. Sepp, ich hab die... Achtung, ich komm runter. Ah ja, warte, hier ist nur... Wo ist der denn? Jetzt ist die weg. Achtung, hier brennt. Warte. Seurok machst du mich hundertprozentig weg. Ich weiß zwar nicht, ob er Traitor ist, aber er macht mich wahrscheinlich weg. Ne, ich will jetzt wieder zugucken, äh, wie du... Boah, hast du den Driver schon gefunden oder was? Ne, wo ist der denn? Das größte Problem ist, dass ich ihn noch nicht gefunden habe. Mono ist hier. Wer ist hier? Ich dachte gerade, der Driver ist hier. Okay. War ein anderer längerer Name. Wo ist der denn? Ah, naja, solange ich schon lebe, ist ja alles. Mono macht mir auch Angst. Ist der vielleicht hier drin? Ihr macht mir alle Angst. Jaaa. Benilpens, ich bin nicht mehr auf der Map. Komm, wir singen was. Bin ausgelockt. Ja. Karaoke Show hier. Hättest mich fast, äh, Dummels erwischt. Doof, dass du noch im Server bist. Mono? Ed, Bro. Ich dachte gerade nicht. Irgendwem hat scheinbar die Gesangseinlage von Mono nicht gefallen, glaube ich. Wahrscheinlich Mono. Halt selbst Mono selbst. Swiss hat, äh, Deathringer. Alles klar, Schwitzi und Driver. Ach so. Schwitzi und Driver sagst du? Toll. Ich hab Bro gemacht. Toll. Warum? Also Schwitzi und Driver, oder wie? Wie wenn du's bist, ne? Ich bin's nicht. Ich bin's auch nicht. Ja, ich glaub der Driver ist der. Ich hab ein ganz doofes Gefühl, dass es der... Driver, sag ich doch. Bin die... Ich war das nicht. Habt ihr den Driver jetzt gefunden, oder was? Ich weiß es nicht, wo der ist. Was ist denn jetzt? Hau mal ab, ey. Ich versteh hier auch nur Bahnhof. Der hat sich im Klo versteckt, bei den Melonen. Bei den Melonen. Bei den Melonen hofft er im Waden vielleicht. Receptor, tut mir leid. Ey, ganz ehrlich, hast du, ey, dass du mir meinen Satz doch aussprechen lassen können? Ja, aber ich hättest du mal aussingen lassen können. Ich hab das so ungute Gefühl, dass der Tyrod mich gleich killt, wollte ich sagen. Ist so, ich war's denn. Ich fand das voll frech, süß. Und? Sorry, aber ich fand das schön gesungen. Ja, Driver, Driver hat auch. Sie verteidigen die Dreie. Und das war's. Ich hab mich die ganze Zeit nur so halb tot gelacht, weil ich diese Argumentation von Driver so gut fand. Ey, das einzige, was das ganze noch toppt, ist, ähm, was war das? Genau, der Bro ist jetzt... Nein. Vor allen Dingen, Swiss, weißt du, was ich eigentlich singen wollte? Leute, I believe I can die. Und das Die konnte ich nicht mehr aussprechen. Oh. Wie schön, Swiss. Perfekt getimete Akkusen. Lol, da hat schon direkt jemand auf mich geschossen. Äh, Zarok. Äh, irgendwie kommt schon ein Traitor. Mochi, wer ist der grad entgegengekommen? Driver? Äh... Mochi, Smoke. Wie kommt jetzt der Name eigentlich zustande? Hast du einfach den Kopf auf die Tastatur gehauen? Mochi. Mochi, schieß auf mich! Mochi, schieß... Der geht Mochi ins Traitor. Hat Mochi das wirklich geschafft? Keine Ahnung. Zarok redet nicht mehr. Ja, hier liegt ne Leiche und es brennt. Zarok ist mir entwischt. Ähm, Sepp. Ja, hi. Äh, rechts Leiche. Bochi, Bochi. Ah, das ist schön. Das interessiert dich anscheinend nicht so? Ne, das interessiert mich eigentlich nicht so. Wer haben wir jetzt gesagt, ist es? Mochi. Äh, ne. Mono ist falsch. Mochi. Ich hab das Gefühl, Sepp ist es. Ich hab das Gefühl, Bono ist es vielleicht. Oh. Lol. Ja, Driver ist schon mal weg. Äh, Mono. Ja, ist klar. Ich bin lieb... Äh, Mutsch. Mutsch. Ich glaube, Mutsch ist es wirklich. Ach Mist. Was? Ja, ich bin lieb. Was? Dann ist es eben. Oh. 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 Oh, du hast doch weiß irgendwas. Was? Ja, du denkst. Aber. Ich will den municipalitiesen sehen, ich habe dir die Ernst auf jetzt! Mochi ist weg! Was war denn los? Zweiter, zweiter! Also, ich und der Mochi haben den, wen haben wir weggemacht? Swiss weggemacht. Dann bin ich in den Raum gegangen. So kurze Sache, der Mono ist letzter. Was ist denn da passiert? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Glückwunsch für den ersten Platz!